Der interessanteste Helvetismus in der Philosophie findet sich bei Nietzsche in seiner Aussage »Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit«, denn Dynamit ist der Beitrag der Schweiz zum modernen Verkehrswesen. Er sagt nicht, dass er die Welt in die Luft sprengt, sondern »Ich bin Dynamit« heißt es bei ihm. Ich versetze zwar keine Berge, aber ich durchbohre Berge und zwar so, dass man dann mit einer erhöhten Verkehrsfähigkeit auf der anderen Seite herauskommt. Ich bin Dynamit, ich öffne die Straße in den Süden. So muss man das übersetzen. Peter, welchen Klang hat für dich das Wort »Eidgenossenschaft«? Was ist eine Eidgenossenschaft? Das Besondere an den Schweizer Verhältnissen ist eben dies, dass die Schweizer sozusagen das Geheimnis einer Staatbildung bereits in ihrem Namen tragen. Viele andere Nationen, moderne Typs, nennen sich entweder immer noch eine Reich oder haben einen historischen Namen wie France oder Brittany oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie nennen sich also Staaten oder sie nennen sich Republik. Aber wenn ich Staat sage oder Republik sage, habe ich das Geheimnis des Zusammenlebens von Menschen innerhalb dieses körperschaftlichen Gebildes noch nicht verraten. Die Schweizer sind in diesem Punkt Freigübiger und nennen sich schon so, wie sie leben. Das heißt, eine Eidgenossenschaft ist primär keine Nation. Sie kann die Form einer Republik annehmen. Sie könnte sich auch Demokratie nennen. Das wäre allerdings, oder sie könnte sich auch Bundesrepublik nennen oder so, wie es andere politische Gebilde tun. Aber in dem Wort der Eidgenossenschaft sieht man einen ganz anderen Vorgang. Man sieht nämlich eine Zusammenkunft in der Regel von erwachsenen Personen, vielleicht aber auch mit ihrem familiären Anhang. Und die stillen sich auf einer großen Lichtung gegenüber und versprechen sich gegenseitig, die Formen des Zusammenlebens miteinander zu entwickeln. Das ist eine ganz ungeheuerliche Tatsache. Nun, worin genau besteht die Bedeutung des Eids? Dass dieses in der Form eines Eides belegt wird, ist insofern auch von hoher Bedeutung, weil Menschen früher mit dem Eid sozusagen ihre ganze Person verpfänden konnten. Heute vor Gericht leistet man Eide oder meine Eide, wie es halt gerade kommt. Aber in der mittelalterlichen Kultur und auch in der Zeit, als die Schweiz entstanden ist, aus der mittelalterlichen Versammlungsidee heraus, das Schwören so wichtig geworden ist. Weil das Schwören ist ja auch eine Sache, die bei der Angelobung eines Vasallen zu einem Herrn eine enorme Bedeutung annimmt. Weil er sozusagen sein Leben, seine Existenz verpfändet im Eid. Was übrigens auch eine theologische Implikation hat. Denn wer den Eid bricht, ist nach traditionellem theologischen Verständnis in das Lager Satans übergelaufen. Das heißt, den muss nicht erst der Teufel holen, sondern der hat sich freiwillig in dessen Lager begeben. Kurzum, also das Schwören ist als politischer Akt deswegen so wichtig, weil die Schweizer Verfassung, auch der Schweizer Landesname, diese Konföderation, eben diese Angelobung mit zum Ausdruck bringt. Das tun andere politische Einheiten nie in der gleichen Explizitheit. Also wir haben in den religiösen Traditionen immer noch so etwas wie Firmungen oder Konfirmationen. Aber regelrechte Bürgerweihen oder so etwas finden in der Regel in westlichen Nationen nicht statt. Man bekommt mit dem 18. Lebensjahr mehr oder weniger automatisch die politische Reife zugestanden oder zugesprochen oder zumindest zugeschrieben, unabhängig davon, ob der persönliche Zustand der Person dem genügt. Aus der Schweizer Sicht sieht die Sache anders aus. Ich weiß zwar nicht, ob es hier tatsächlich auch noch solche Eidrituale gibt, aber von der Konstitution her, vom Landesnamen her selber, ist der Gedanke immer noch da, dass die Menschen sich gegenseitig versprechen, mit zusammenzuleben. Und sie sind nicht einfach nur eine zusammengewürfelte Sippe, wie aus den Nationenwerpen, sondern es ist eine Gruppe von urteilsfähigen, erwachsenen Personen, die in Kenntnis der Kosten und der Schwierigkeiten sich gegenseitig die Bemühungen um das Zusammenleben versprechen. Was hat es mit dem Genossenschaftlichen auf sich? Was ist mit dem Genossenschaften in der genossenschaftlichen Orientierung? In der genossenschaftlichen Orientierung ist das Rücksicht nehmen auf gemeinsame Interessen mit zum Auszug gebracht. Man könnte aber auch sagen, es ist eine Art unternehmerische Idee in der genossenschaftlichen mit drin. Das heißt, die Genossenschaft und das Unternehmen spiegeln sich ineinander, und zwar unter dem Ruhmbegriff des gemeinsamen Interesses. Und das Gemeinwohl und gemeinsames Interesse konvergieren sollen, ist eigentlich hier auch schon eine verfassungsgebende Idee. Man könnte eigentlich so sagen, es ist eine Verschwörung im positiven Sinne. Verschwörungen heißen ja auch Konjurationen vom Lateinischen her. Und in der Konjuration wird in der Regel ein Putsch oder eine verfassungszerstörende Maßnahme geplant. Wenn man aber nun die Verschwörung positiv wendet und sagt, wir verschwören uns miteinander in einem guten Sinn, dann hat man ein Gemeinwesen gegründet, das sozusagen zwar auf einem Eid beruht, aber keine religiöse Gemeinde darstellt. Das unterscheidet dann doch einen Staat von einer Kirche. Eine Kirche ist eine Gemeinschaft von Getauften oder von Personen, die sich einer gemeinsamen Predigt oder einer gemeinsamen Inspiration, einer gemeinsamen Begeisterung aussetzen. So weit kann ein Staat nicht gehen. Wenn er es tut, ist er auf einem totalitären Abweg. Was kannst du mit dem Begriff der Willensnation anfangen? Der Ausdruck Willensnation ist in den übrigen deutschsprachigen Bereichen nicht gut eingeführt. Das hat damit zu tun, dass die Deutschen, die Österreicher und andere sich nicht als eine Willensnation verstehen, sondern als geschichtliche Gebilde und im Wesentlichen als Kulturnationen und als Kulturstaaten. Da ist ein viel höherer Faktor an gemeinsamer kultureller Substanz vorausgesetzt. Die Schweizer Anomalie besteht ja darin, dass man sich über die kulturelle Differenz, die jeder mitbringt, irgendwie erhebt. Und jenseits des Unterschieds, das Gemeinwesen stiftet, unter deutschen Ausbizien völlig undenkbar. Denn um Preußen und Bayern zum Beispiel unter eine gemeinsame politische Klammer zu bringen, war eine kollektive Psychose von Nöten, wie sie durch den Deutsch-Französischen Krieg von 1870s zeitweilig hervorgerufen worden war. Und selbst danach, als man wieder in nüchternere Verhältnisse zurückgekehrt ist, blieb der Antagonismus zwischen dem Norden und dem Süden innerhalb des Deutschen Reiches immer sehr lebendig. Und er lebte ja auch heute noch weiter in der Gestalt der Länderverfassungen, die nicht immer konvergent sind. Ist die Schweiz eine politische Anomalie? Was ist die Schweiz für ein Nicht-Schweizer für alle Zeiten ein Buch mit sieben Siegeln? Es ist eine politisch-hermetische Einrichtung im Zentrum Europas. Es sitzt etwas, was so Substanz von der europäischen Substanz ist und trotzdem ganz anders. Das hat eben damit zu tun, dass hier die Monarchie sich nicht so entwickeln konnte wie in anderen Ländern. Die Allianz zwischen Monarchie und Bürgertum, die ja auch das Geheimnis des modernen Fiskalstaates beinhaltet. Das hat es in der Schweiz in dieser Form nie gegeben. Die kantonale Realität, diese großartige Form der Kleinstaaterei, die ist aber jetzt eben im Deutschen, hat diese Ausdruckung sehr negative Konnotation, in der Schweiz nimmt ja merkwürdigerweise einen sehr positiven Zug an. Das kann da gar nicht kleinstaatlich genug zugehen, weil die Anomalie ist, dass der Staat eben nicht oben, überhaupt über den Köpfen der Bürger errichtet worden ist und irgendwo ganz weit oben schwebt. Es ist tatsächlich so etwas wie eine Graswurzel der Demokratie da und das ist für die Staatsbürger anderer Nationen sehr schwer nachvollziehbar. Direkte Demokratie gibt es auch anderswo. Was ist das Besondere der Schweiz? Die direkte Demokratie haben andere Länder in sehr eingeschränkter Weise, insofern ja alle Nationen auf Kommunen beruhen. Ich weiß nicht, die exakte Zahl von Deutschlands Bürgermeistern zu nennen, da habe ich vermutet, die liegen in der Größenordnung von 15.000. In Frankreich ist es wahrscheinlich sogar noch etwas höher. Also dieser Regionalismus der Lokalpolitik ist ja ein gemeinsamer Zug aller modernen nationalstaatlichen Systeme. Die Schweizer Anomalie, wenn man so sagen darf, beginnt eben damit, dass es schon auf der Kantonalebene noch direkte Demokratie gibt. Und das Summum der Unbegreiflichkeit ist dies, dass eben der Bund selber immer noch diese Züge der direkten Demokratie sich gestattet. Überall sonst hätten Politiker unendliche Angst vor dem Volk. Aber die Schweiz hat auch noch keine Politiker-Kaste hervorgebracht, die es nötig hätte, vor dem Volk Angst zu haben. Bei uns im Rest der Welt, wie man so sagen kann, der Rest der Welt fürchtet die Völker. Und fast alle politischen Systeme haben etwas von einem Komplott zur Neutralisierung von Volkes Meinung an sich. Der reine Komplottismus ist natürlich dann in Diktaturen verwirklicht und in der gesamten asiatischen Hemisphäre, wenn man mal von Indien absieht. Aber Russland und China zum Beispiel sind reine Komplottsysteme, die auf der Angst der Regierenden vor den Bevölkerungen aufgebaut sind. Und die systematisch, sozusagen die Einschüchterung, den Terror und die Ablenkung als politische Instrumente benutzten, um die Komplottsysteme gegenüber den Populationen abzuschotten. Ist die französische Revolution in der Schweiz geglückt, weil hier Citoyens leben? Die Schweizer Ausnahme besteht eben auch darin, dass hier eine über die Jahrzehnte hinweg, also über anderthalb Jahrhunderte schon, eine politisch denkende Bevölkerung herangewachsen ist, denen nie eine demokratische Form von oben gewährt worden ist. Das heißt, sie haben ihre Verfassung sich selber gegeben, anders als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, bei der die Entstehung der Verfassung als ein Gefängter Alliierten angeboten worden ist. Ich vergesse es auch, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland durch die Alliierten gut geheißen werden musste, bevor sie in Kraft gesetzt werden konnte. Mit anderen Worten, überall sonst sind die politischen Verhältnisse immer durchzogen von etwas, was von oben her gewährt worden war. Das scheint es hier nur in sehr geringen Ausmaß zu geben. Und das heißt, die Entfremdung der Staatsebene von der Bürgerebene ist nie so weit gediehen wie in anderen Teilen der Welt. Das Citoyen-Element, ja. Die französische Revolution wollte das Bürgertum als politisches Subjekt souverän machen. Das Scheitern der französischen Revolution ist ja, wenn man so will, das Hauptthema des 19. Jahrhunderts gewesen, so wie das Hauptthema des 20. Jahrhunderts das Scheitern der russischen Revolution gewesen ist. Die Franzosen haben vier oder fünf Rückfälle in die Monarchie produziert im Laufe eines Jahrhunderts. Das ist für ein Land, das sich immer noch von einem zentralen Ereignis 1789 herleitet, doch eine bemerkenswerte Fehlleistung. Und wenn man Figuren wie de Gaulle und Mitterrand zieht, die sozusagen als kryptomonarchische Gestalten über ihrem Lande geschwebt sind, könnte man sozusagen noch eine republikanisch maskierte Monarchie im 20. Jahrhundert hinzufügen. Frankreich hat seinen Citoyantraum nicht verwirklicht. Es hat aber daraus den attraktivsten Exportartikel gemacht, der jemals auf dem politischen Gebiet aufgetaucht war. Während die Deutschen sozusagen vor allem als Exportnation für politische Irrtümer Weltniveau erreicht hat. Und das ist nach wie vor auch heute das größte Land der Welt, China. Mit deutschen Irrtümern regiert wird, sollte man hin und wieder mal deutlich sagen, wenn man die Abhängigkeit Deutschlands vom chinesischen Markt betrachtet. Man müsste die Abhängigkeit Chinas vom deutschen Irrtumsexport gegenrechnen. Und dann sieht die Sache doch ein bisschen anders aus. Und wenn es ein Land in der Welt gibt, in dem der Import des französischen Citoyant-Gedankens bisher völlig misslungen ist, dann ist es eben China. Während die Schweiz sozusagen quasi die einzigen blieben, die den Gedanken wirklich angewendet haben, wirklich aufgenommen, wirklich verinnerlicht haben, keine monarchischen Regressionen ausprobiert, haben weder einmal noch fünfmal wie die Franzosen, sondern die von vornherein diese unwahrscheinlichste aller Tugenden entwickelt haben. Nämlich, dass sie den Staatsbürger, die Staatsbürgerin als politisches Subjekt ernst genommen haben und sie dazu gebracht haben, sich ernsthaft so zu verhalten, als würden sie wirklich daran glauben. Während überall sonst in der Welt Demokratie immer mit dem hohen Faktor von als ob vollzogen wird. Und es gibt überall viel Zynismus und viel Ironie und viel Privatismus. Davon findet man in der Schweiz erstaunlich wenig. Es ist ein merkwürdiges Hochgewirksklima, was diese Dinge angeht. Man hat diese Formen der Überheblichkeit, der Ironie, des Zynismus, des Nihilismus. Und das hat man einfach gar nicht nötig. Das sind so billige Überheblichkeiten, weil Souveränität eine gelebte Wirklichkeit ist. In der Schweiz ist das Volk der Souverän. Und in Deutschland? Es ist bei uns schon auch so. Wir haben durch die Annahme einer republikanischen Verfassung die Souveränitätsübertragung von Monarchen zum Volk hin vollzogen. Wobei es sich bei uns immer um eine halbierte Souveränität handelt, nämlich der monarchische Souverän, juristisch oder staatstheologisch gesprochen, immer Sohn und Vater des Gesetzes zugleich ist. Er ist zugleich immer über dem Gesetz und unter dem Gesetz. Ist das Volk in modernen Verfassungen in der Regel immer nur unter dem Gesetz und nie darüber. Und an der Obergrenze haben wir zum Beispiel in der Bundesrepublik das Bundesverfassungsgericht etabliert, das, wenn man so will, die Obergrenze der Souveränität bewacht. Und die Notwendigkeit, die Souveränitätsgrenze mal nach oben zu überschreiten, zum Beispiel in Krisensituationen, die wird bei uns, dem Volk, eigentlich systematisch vorenthalten. Deswegen darf es ja auch in Deutschland keine Volksabstimmungen geben über Gegenstände, die haushaltsrelevante Konsequenzen haben. Durch die Verfassung sind bei uns Abstimmungen, zwar Volksbegehren möglich, und werden auch hin und wieder, wenn auch relativ selten, vollzogen. Aber es ist a priori ungültig, wenn aus dem, worüber abgestimmt worden ist, haushaltspolitische Konsequenzen sich ergeben würden. Die Antworten, die Steuersouveränität. Steht. Da war noch viel zu. Wird nur der Staatsseite nie dem Bürgertum zugewilligt. Weswegen ich seit langem mit der These hervorgetreten war, die wenig Gegenliebe erfuhr, dass wir in steuerpolitischen Angelegenheiten das Regime des Feudalismus nicht ganz verlassen haben. Und dass auf jeden Fall der lange Schatten des Feudalsystems auch über den fiskalischen System der Moderne und Postmoderne sich ausbreitet. Wie passen die Schweiz und die EU zusammen? Ich will nach wie vor behaupten, dass ohne die Schweizer Ausnahme der gesamte Raum politischer Theorie ungeheuer verarmt wäre. Ohne den Stachel der real existierenden direkten Demokratie im Fleisch werden alle anderen politischen Systeme notwendigerweise in ihrem fiktionalistischen Politikansatz, also Demokratie als ob, weiter bestärkt. Und wenn man diesen latenten Zynismus der Routine-Demokratie eindämmen will, muss man die Schweizer Ausnahme bewahren. Die EU und die Schweiz können sich vermutlich auf lange Sicht nie darüber einigen, was das Wort Souveränität bedeutet. Und solange das so ist, wäre es fatal, die Schweiz sozusagen in den großen EU-Suppentopf hineinzuwirfen, um dieses Konzentrat Schweizer Souveränitätsverständnis aufzulösen in der allgemeinen europäischen Rühe. Denn dann entsteht auch hier Demokratie als ob. Und es entsteht auch hier das Gefühl, dass zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Großbritannien so stark ist, dass die Hälfte der Bevölkerung sich nicht politisch vertreten fühlt. Das ist ja das Elend, der Vereinstand von Amerika, ist aber auch das französische Elend. Überall wo Mehrheitswahlrechte im Resolutmaßstab angewendet werden, fallen alle Verliererstimmen unter den Tisch. Und das kann und darf eigentlich in einem sinnvollen Repräsentativsystem erst recht nicht sein. Aber wenn es schon in dem Repräsentativsystem so schief läuft, wie würde es denn, was würde passieren, wenn die Schweizer anfangen würde, solche Verhältnisse hier zuzulassen. Wie hältst du es mit der Figur des Wilhelm Tell? Nun, also Wilhelm Tell war immer, vor den Tagen des deutschen Idealismus an, so ein Modellschweizer, so wie Andreas Hofer, so ein Modell Tiroler. Er war eigentlich nur insofern populär, als er für eine gewisse Zeit lang die Möglichkeit bot, die Idee des Tyrannenmordes auf die Schweizer abzuschieben. Denn wie sagt der Tell dem Gessler, als der ihn fragte, warum er den zweiten Pfeil hervorgezogen hatte bei seinem Apfelschussversuch. Und da sagt er sehr schön, mit diesem zweiten Pfeil erschöße ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Mit Antworten, das ist wahrscheinlich die expliziteste Annäherung an die Idee des Tyrannenmordes, die in der deutschen Literatur je erreicht worden ist. Gott sei Dank war es ein Schweizer, dem man diese Unbotmäßigkeit zutrauen sollte. Außerdem war es sehr hübsch, dass man die Schweizer gezwungen hat, einen bloßen Hut zu grüßen, auf die Weise diesen Zynismus der Unterwerfung, des Unterwerfungsrituals ebenfalls eher ans Ausland delegiert hat. Aber es waren natürlich sehr deutsche Angelegenheiten, weil gerade die deutsche Nation, anders als die Schweizerische, eine sozialpsychologische Komponente besitzt, die man sozusagen mit dem Ausdruck der Untertänigkeitsneurose ziemlich treffend wiedergeben kann. Das Untertänigkeitsproblem ist aber, so viel man weiss, kommt in der Liste der Schweizer Pathologie nicht vor. Kennst du Herbert Lüthi, den Schweizer Historiker? Ja, der Name sagt mir schon etwas und war auch ein recht eleganter Essayist. Ich habe das eine oder andere von ihm gelesen. Ich weiss auch, dass er eine Ausgabe der Essayist von Michael de Montaigne zu verantworten hatte. Herbert Lüthi spricht von der Schweiz als Antithese. Treffend oder verklärend? Ja gut, Antithesen treten normalerweise in Disputationen auf. Aber wenn eine Antithese landesförmig auf die Bühne kommt, dann ist sie eigentlich schon von vornher mehr als eine Antithese. Das ist eben ein Systemwiderspruch bzw. eine real existierende Alternative. Das ist ontologisch ein bisschen anspruchsvoller als die Antithese, die ja wie gesagt nur eine dialektische Figur ist. Sag, was fällt dir als Schweizbesucher auf? Für den Besucher ist ja die Schweiz vor allem eben als der ruhende Pol der Aufgeräumtheit auffällig. Wenn der Rest Europa auf dem besten Wege ist, zur Müllhalde zu werden, hat man hier das Gefühl, da ist jeden Tag der Sammler von Abfällen unterwegs gewesen. Und das ist vielleicht der mündige Bürger selber, der erst gar nichts wegwirft. Und zuletzt, zu allerletzt, zu guterletzt, haben wir noch etwas vergessen? Mir scheint das Wichtigste, was man über Nietzsche wissen muss, dass er nirgendwo anders als in der Schweiz seinen Zarathustra hätte schreiben können. Von der Höhe einer überall sonst unbekannten Freiheit und einer bestimmten Mischung aus Höhenluft- und UV-Strahlungen und südlichen Tönen zu dieser einzigartigen Philosophie, einer sozusagen alpinen Aristokratie gekommen ist, die sozusagen eine Welt aus Königen zusammensetzt. Die können dann sich selber als Schweizer Bürger konzipieren. Aber zunächst einmal ist hier so Höhe, Unabhängigkeit, Freiheit und dieser Silberton der Felszonen im Tessiner Hochgebirge. Ich glaube, dass man den helvetischen Anteil innerhalb der Philosophie Nietzsche gar nie hoch genug veranschlagen kann. Und der interessanteste Helvetismus in der Philosophie findet sich bei Nietzsche in seiner Aussage, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Denn Dynamit ist der Beitrag der Schweiz sozusagen zum modernen Verkehrswesen. Also er sagt nicht, dass er die Welt in die Luft sprengt, sondern ich bin Dynamit, heißt es bei ihm. Ich versetze zwar keine Berge, aber ich durchbohre Berge. Und zwar so, dass man dann mit einer erhöhten Verkehrsfähigkeit auf der anderen Seite herauskommt. Ich bin Dynamit, ich öffne die Straße in den Süden. So muss man das übersetzen. Und ich glaube, das ist zutiefst diesem Krypto-Helvetismus der nidischen Philosophie verborgen. Und ich glaube, das ist ein Guter, das ist ein Guter, das ist ein Guter.